Herr Kaas, seit über 30 Jahren sind Sie jetzt für den BR vor dem Mikrofon. Welche Momente, welche Ereignisse sind Ihnen in Erinnerung geblieben? Ja, da gibt es viele Spiele. Die Derbis waren es immer früher. Bayern gegen 60, München gibt es jetzt leider nicht mehr. Die einen in der vierten Liga, die anderen in der Champions League. Das ist ein bisschen ein großer Unterschied. Aber ich vergesse auch nicht diese zwei Jahre hier in Ingolstadt. Ich war gerne hier. Es waren tolle Spiele hier. Ich habe gerne kommentiert, hat mich immer so ein bisschen an Unterhaching erinnert. Die waren auch zwei Jahre Erste Liga, ein bisschen familiär, das Ganze idyllisch auch, sehr harmonisch. Ich habe das sehr bedauert, dass die Schanzen abgestiegen sind. Die gehen mir direkt ein bisschen ab in der ersten Liga. Zum FC Ingolstadt. Jetzt ist es knapp fünf Monate her, dass die Schanzen aus der ersten Liga abgestiegen sind. Wie beurteilen Sie die Entwicklung beim FCI? Ich bedauere das sehr, habe ich schon gesagt, dass sie abgestiegen sind. Ich hatte sie auf Rechnung eins bis fünf in dieser Saison. Ganz normal. Material ist noch da. Zehn Spieler, glaube ich, sind geblieben vom Erstliga-Kader. Lescano, Matip, Morales. Ich schätze sich alle sehr die Spieler. Und dann war dieser schlechte Start. Und jetzt, glaube ich, werden sie halt nur sechs bis neun werden wahrscheinlich. Wünsche Ihnen alles, alles Gute, dass irgendwann mal wieder rauf geht. Ich komme, wie gesagt, gerne nach Ingolstadt. Und dann, wie es denn alles gibt. Untertitelung des ZDF, 2020